Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar dieses wieder aus dem LS19 Nordrisch Marschprojekt. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch hier. Ich habe gesehen, dass wir wieder Arbeit haben und zwar müssen wir jetzt dann wieder düngen. Die Klappe fällt 20, müssen wir auch düngen. Und fällt 33, 34. Also würde ich sagen, legen wir los. Der Finger ist noch ein bisschen drin. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung in unserem letzten Video. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist noch mit dem Fältig Fältig. Oh, was ist das? Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.